was geht ab freunde willkommen zurück zu einem neuen video von unserem kanal stickerpoint.de und heute haben wir das nächste yugio video vor uns und zwar öffnen wir ein 18er display von dem set legendary dualist synchro storm ein komplettes 18 display in der deutschen erstauflage ja was haben wir hier drin wir haben fünf karten pro booster pack und hinten haben wir das gesamte set besteht aus 29 common karten 10 rare karten 8 super rare karten und 9 ultra rare karten eine karte davon sogar als ghost rare verfügbar die wollen wir natürlich heute ziehen die schöne ghost rare karte und ja die ghost rare ist dann in dem fall hier der kristallglasflügel synchro drache die wir hier drin ziehen können und ja ansonsten können wir hier auch noch viele viele synchro monster drin ziehen und ich würde sagen wir lassen uns einfach mal überraschen was wir hier heute pullen können ich öffne mal die folie mit dem messer hat nicht ganz so funktioniert aber so geht es auch ab und dann okay ist ein bisschen anders als bei pokémon displays ich glaube jetzt müsste man rein theoretisch das so machen und das keine ahnung egal so wir nehmen einfach alles raus wenn die box schon an die seite kurz alles wegwerfen so das sind die booster zwei vier sechs acht zehn zwölf 14 16 18 stück stimmt fünf karten pro booster ich würde sagen wir gehen direkt rein und schauen uns die karten mal an die wir drinnen ziehen können ich habe mal wieder keine ahnung wie der kartentrick funktioniert deswegen starten wir einfach von vorn durch und okay ziemlich schlechtes centering fangt ihr jetzt schon an wie pokémon stern staub sturmkrieger haben wir hier als erste karte hier unten sehen wir die deutsche erstauflage zu normal als kleine reminder als ich das letzte mal jugio karten aktiv gesammelt habe stand erst auflage noch hier oben ich weiß nicht wie lange das jetzt schon her ist so der stern staub sturmkrieger haben wir hier dann haben wir die blumen zauberin geschwindigkeit struid doch geschwindigkeit struid auturbo glas flügel synchro drache okay das ist die holo und dahinter banner der revolution das heißt wir müssten glaube ich die letzten beiden karten so austauschen ist denn überhaupt das hatte hier es ist gar keine holo garantiert glaube ich aber wir schauen einfach mal so die letzten beiden karten wechseln das heißt ich müsste jetzt so machen würde ich mal behaupten schauen wir mal wir haben eine feinkarte endlich frei geschwindigkeitsruid denn denn daiko duke lyrik lirik 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 vogel saphiren schwalbe saphir schwalbe hochgeschwindigkeitsruid segeldrachling ja der heißt wirklich so und lyrik lirik 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 spatz ok also keine holo garantiert pro perg deswegen würde ich sagen wir umhann das ganze einfach so ohne kartentrick durch wir haben edle ritter johanna und das ist ja schon ziemlich nah am rande des miss cut geschwindigkeits ruhe dem murmel maschine geschwindigkeits mit autobo lyrik le dir vogel der vogel ruf und der totem vogel das rad wirklich sieht richtig stark aus gefällt mir so kommt natürlich auch nur es lief drum so geschwindigkeits ruhe terrorkreisel der stachelschrauben igel den kenne ich das ist ein reprint endlich frei die todesblume und der blumen chevalier kavalier steht es für kavalier nicht glaube ich erstes synchron monster glaube ich oder hatten wir schon werden ja schon die holung entschuldigung mariamne der wahre drachen phoenix auch das sehr sehr cooles artwork der eilkrieger haben wir hier geschwindigkeitserholung edler ritter johanna und phantomfedern von den lyriks die dir vögeln so ich will gerade mal das licht ein klein bisschen dunkler machen ich glaube dann blend das auch nicht so stark der terrorkreisel wieder vortragender star mummel maschine hochgeschwindigkeit ruhe chanbara kanbara und blumen synchronisierer nicht wichtig nächstes booster auf zur ghost rare wir haben wir noch mal endlich frei geschwindigkeitsruid pferdestelzen geschwindigkeitsdrift blumenflorett als holokarte und berülkanarienvogel der stachelschraubenigel mein freundesberg tornado drache synchro entdecker den kenne ich auch noch und dahinter hochgeschwindigkeitsruid korkengewehr ok und verdoppelungstor das korkengewehr wer kennt es nicht so dann haben wir hier den kobalt spärling geschwindigkeitserholung dafür schwalbe z1 und der blumen chevalier kavalier again so der synchro entdecker unbekanntes synchron tornado drache rot augenwürfel und phantom federn ich weiß halt wirklich auch nicht ob das hat hier jetzt rein für sammler ist ob es da spielbare karten drinne gibt weil ich bin in der yo yo meta absolut nicht drinnen hier haben wir noch turbo denn denn daiko duke taketomborg oder take tomborg tröter fukimodoshi nächste holokarte und synchro dilemma das wäre vielleicht wirklich mal eine idee sich das ganze noch mal durchzulesen aber ich glaube jetzt mit yo 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 wieder einzusteigen ist ziemlich schwer wenn man da einmal den ball verloren hat was das game angeht ist glaube ich schwer wieder rein zu kommen so dieser vier schwebe z1 mariamne der wahre drachen phoenix und blumen synchronisierer keine holo in diesem booster so und wir haben auch nur noch sechs stück mein gott die gehen ja weg wie warme semmel ja gut es sind immer nur fünf karten drin das ist klar geht das ganze ein bisschen schneller dann wenn man sich nicht so gut mit auskennt kann man auch nicht so gut viel zu den karten sagen mir den rotaug würfel noch mal die blumen zauberer zauberin die hat man glaube ich noch nicht scheinbarer zwillings jojo das hat mir auch noch nicht und das verdoppelungstor das hatten wir schon ja wenn ihr euch auch wenn ihr sagt okay das ist mein set und ihr wollt euch auch ein 18 display gönnen link dazu findet ihr in der video beschreibung da könnt ihr auf unserer seite ebenfalls euer glück mit diesem set versuchen genau und ja an dieser stelle auch schon mal wie immer wenn euch das video gefallen hat würde ich mich natürlich sehr über einen daumen nach oben freuen kanal abonnieren nicht vergessen ihr wisst bescheid und ja ansonsten gucken wir uns hier noch mal den türkis spatz an den sternen staubkrieger ok sieht sieht nice aus wenn der coole holo karte todesblume taketomborg und hochgeschwindigkeits droid segeldrachling achten hatten wir schon mal den hatten wir schon mal sieht aber auf jeden fall auch sehr nice aus so wir haben hier noch mal den rotaugenwürfel fernstelzen geschwindigkeitserholung und hochgeschwindigkeits glasflügel fahrer nice 3500 angriffspunkte und dem volumenchevalier aber auch eine sehr hohe stufe den stachelschraubmügel sternen staubkrieger noch mal die murmelmaschine und geschwindigkeitsroid ultra jagdhund das hard work finde ich cool sieht richtig nice aus und der totem vogel der ist hard work sieht auch sehr stark aus ja und wir sind beim letzten booster angelangt so schnell kann das gehen 18 packs gerippt paar coole karten dabei gewesen vielleicht kommt jetzt noch der große banger mit der groß wer schauen wir mal der wahre drachen phoenix taketomborg und der kobalt spärling und dann noch mal die phantom federn ja die groß ist ausgeblieben haben aber schöne holo karten gezogen in dem display alles in einem glaube ich ja ganz in ordnung ich habe wie gesagt keine ahnung davon ich persönlich fand es in ordnung coole karten wieder mal gesehen das ist auch das was bei mir die yugioh videos ausmachen genau ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch noch einen schönen tag und wir sehen uns im nächsten video haut rein macht's gut und ciao